So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Call of Duty Infinite War 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 Und, äh, wir sind auf der Erde und ich krepier in einer Natur, mal gucken Anzugsverbesserung, Messerstadt Nahkampf Schnellere Gesundheitsregeneration Reduzierter Schaden durch Explosion Zusätzlich Ausrüstung, das ist so albern Was denn? Oh nein, ich muss hier wieder anfangen Mein Abschuss, das ist ja mies So Da oben Der auch, oh, war das blöd Das Ding eigentlich in zweiten Modi Nutzen wir es doch jetzt mal so Dann hat es doch dieses Schnellfeuerscheiß Da ist er Boah, ich kann hier nicht weiter Schneller, nachladen, nachladen Hä, wo ist denn der hin Ich will ja nicht verarschen Was hat denn der da gemacht Audi hat seine Modelle auch hier geparkt Es darf niemand durchkommen Es darf niemand durchkommen Hau in die Kirche Äh Äh, okay Schweingart Hä, da gibt es immer noch diese Eliminator Äh, äh, wie heißt das? Ähm Wie heißt denn das? Scheiße Äh Eliminator Hieß das glaube ich bei Äh, Call of Duty Modern Warfare Warfare Also Call of Duty 4 Also manchmal ist es echt zu stark verschwommen Finde ich Wie soll man denn da arbeiten? Verdammter Wie, ich hab da einen mit erwischt mit der Granate Kann ja wohl nicht wahr sein Der Commander muss aufs Land Kippiere Das meine ich Es wird zu Es wird zu Unscharf Immer schon nachladen Und zack Komische Stimme die da hat Sehr komische Stimme Hier hängt es immer komischerweise in der Aufnahme Immer bei diesen Ladedingern Achso Ich soll weiter nach vorne gehen Wusste ich nicht, dass ich nach vorne gehen soll Das ist eklig Nicht Das Signal Ist weg Meine Flotte Landet Hier Was ein Pisser Achtung Hier ist die Retribution SDF Flotte geht runter Kommt rein Bestätigt Die Red soll den Sprung vorbereiten Die Schockwelle sollte die Olympus ausschalten So dass wir sie entern können Ja, Sir So ein Pisser Ria ist tot Er hat den Transponder zerstört Wir holen uns die Olympus Die Red kommt dazu Alle Stationen Olympus Mons ist feuerbereit Admiral Sie müssen in einen Bunker Sie feuern Ria ist Ich will check auf Reins Nein, nein, nein Reins Admiral Reins Er ist tot Reins Das Hercule ist zerstört Olympus zielt auf ihre Position, Sir In den Checker Alle Stationen Ziel ist Olympus Mons Auftrag Einnehmen Admiral Koch gehört mir War ja klar, dass es mich erwischt Team Bravo ist am Boden 4-1 Verlasse das Einsatzgebiet Ja Gehen wir zur Brücke, bevor sie sich erholen 1-1 Gelandet Ich sollte das vielleicht in diesem Modus umschalten Wie sollen wir denn so arbeiten Hallo Hallo Wie soll ich denn so arbeiten? Hört mir denn eigentlich hier keiner zu? Wie soll man so arbeiten? Team Bravo ist am Boden 4-1 Verlasse das Einsatzgebiet Ja Gehen wir zur Brücke, bevor sie sich erholen 1-1 Gelandet Alter, man kriegt es ja hier echt von allen Seiten Fangen wir erst mal mit dem da oben an Der geht mir ja echt mal so gut an So und jetzt Ach, da ist noch einer Okay, ist hin So und jetzt gucken wir mal Okay, haben wir Haben wir auch Gehen wir weiter hinter diesen Kisten lang Zack Zack Oh Meine Fresse Ja, lass mich doch mal langsam nach vorne kämpfen Ich habe einen Sniper, Junge Ey, das war ja echt mega witzig Aufsehen Aufsehen Gehrechtsamt im Aufsprieg Ist gut Die in der Linken bin ich den Pepper Ja, ma'am Gehen wir bitte auf Zehn Meter Geht mal, Ente Zwei Uhr Es ist nicht einfach mit der Waffe hier zu treffen. Oh, 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 es wackelt, es wackelt. Oh. Noch einer. Okay, ich brauche, irgendwie muss ich nach da oben kommen. Jetzt aber. Geilig. Oh, die gönnen mir. Der Banshee, Schrollflinte. Ah, nehmen wir mal. Ist mal gar nicht verkehrt so. Wo ist meine Drohne? Zur Brücke. Nein, Sir. Ja. Ja. Die überlebenden Erdwege werden nur noch mit Erlaubnis der Frontart bedürfen. Mars Elite. Gelangen wir zur Brücke bevor er Genf zerstört. Okay, wo sind wir? In der Nähe der Truppenquartiere, Sir. Wir müssen wohl den Umweg nehmen. Vienna. Die Energie der Olympus ist gleich wieder hergestellt. Sie können sie jetzt zerstören. Tempo. Holar Riete. Durch die Luftschulden abgaben. Nein, nein. Der ist immer stylisch. Kann ich mich nicht hier mal umgucken? Sie müssen sich entwärtением. Oh scheiße. Sie müssen schnappen. Oh scheiße. Woh, das ist knapp. Der ist in der Nähe der Truppe. Sie müssen uns auswählen. Das ist in der Nähe der Truppe. Ele ist auf dem Weg. Alles ok? Ja, Sir. Der ist das knapp. Stunden. Oh ja. Was ist das? Wo habe ich denn das auf einmal her? Dafür habe ich eindeutig die falsche Waffe. Machen wir es mal so. Wenn er Schrotflinte, war das gerade richtig schön dumm. Los, los, los! Okay, das war cool. Wir müssen sofort reingehen! Hacking Ladung? Ne, Hacking Ladung. Reyes, da drin sind Bots. Versuche einen zu hacken. Arbeiterdrohnen, unbewaffnet. Roger, rein da. Ich sehe Kotsch. Ich kralle ihn mir. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er die Zerstörungssequenz aktiviert. Er hat ihn abgedreht. Sie setzt den Kotsch. Reaktordruck steigern. Holding gear is. Das war ja easy. Sie lebt noch. Ethan, Zerstörung stoppen und Bots sichern. Nein, Sir. Die Bots sind sehr aktiviert, Captain. Olympus C6 sind jetzt unter meiner Kontrolle, Sir. Alles harte Truppen. Hier ist Captain Reyes. Wir haben die Kontrolle über die Olympus-Monst. Töte das Schwein, Reyes. Das war ja schwer. Ihnen fehlt, was es zum Siegen braucht. Für Sie hätte es locker gereicht, Kotsch. Mich zu töten ist kein Sieg. Ich tötete Ihren Admiral. Ihr Schild ist ausgefallen. Tod ist keine Schande. Na los, von unten rein. Der Käpt'n hat die Brücke. Nein, er hat ihn nicht getötet. Marines, schaffen Sie ihn weg. Sehr gut, Captain. Start auf Ihrem Befehl, Hins, Sir. Olympus Mons. Abflug. Hey, Herrn. Die Front weiß nicht, dass die Olympus uns gehört. Wir fliegen zum Mars. Ethan, setz einen Sprungkurs zur SDF Orbitalwerft. Wir setzen Ihr eigenes Schiff gegen Sie ein und greifen von der Brücke der Olympus aus an. Die Front hat unsere Flotte zerstört. Zahlen wir es Ihnen heim. Was ist mein Befehl, Sir? Sie warten, ihr geht her. Bleiben Sie auf Abruf. Das war jetzt sehr unspektakulär, ne? Koordinaten eingegeben. Drei, zwei, eins. Tchung. Eintritt in drei, zwei, eins. SDF Schiffswerftpeilung 0-0-0, Captain. Man weiß sofort, wie das gegnerische Schiff funktioniert. Da muss ich schon erstmal gucken. Manchmal ist das Fernlicht an das. Wir treffen uns durch diesen Verteidigungsschirm und greifen dann kompromisslos an. Aktiviere Waffen. Olympus, Status bestätigen. Ihre Waffen sind aktiv. Negativ Tower, Olympus Waffen sind gesichert. Bereit für System-Chat. Zielerfassung auf Ihrem HUD-Captain. Raketen abfeuern. Aye, Sir. Feuer! Sir, Sie können ein Großkampfschiff ins Visier nehmen. Spektralkanone ist online. SDF-Truppen schlagen zurück. Bereit machen für Kontakt. Ach so. Kanone vollgeladen, Sir. Wir haben einen Steuerbord-Badon in der Sorge. Sie wollen einen Katsch. Tower, er ist gerade nicht zu sprechen. Weiter feuern. Waffenkapazität auf 75% gefallen. Kapitel-Waffenkapazität unter 40%. Scheiße, wir brauchen jedes kleine Bisschen. Olympus, Feuer einstellen. Sar, dem Schiff bleibt nur in Reserve. Alles rausballern, was wir haben. An alle Stationen. Olympus ist feindlich. Waffen überhitzen. Langsam feuern. Langsam feuern. Ethan, Status. Verbleibende Waffensysteme sind offline, Captain. Wir haben nicht genug Feuerkraft zum Zerstören der Werft. Ethan, Kurs auf die Werft halten. Was ist der Plan? Du und ich, wir versuchen die Waffensteuerung wieder in Betrieb zu setzen. Verstanden. Kurs, Kashima, die Brücke sichern. Lieutenant? Ja, ma'am. Ethan, du hast das Kommando. Hofnahme Metal 1. Bewegung! Sorgst du das für dich und dann nimmst du auf. Hey, Billy, ich bitte dich. Nehme auf. Stört er ja mal wieder. Der Heli. Nein, darf er. Weil Heli ist einer der wenigen Menschen, bei denen ich böse werde, wenn sie meinen Let's Place sabotieren. Okay. Verbündete, das war ein Roboter, ihr von... Verstanden. Keiner betritt die Brücke, verstanden. Brücke, Feindkontakt im Navigationsraum. C6 haben sich verschanzt. Wenn wir die Waffensteuerung nicht wieder online bekommen, spielt das auch keine Rolle mehr. Auf dem Radar! Auf die Brücke achten! Einer weniger! Ich hab grad nicht verstanden, was da stand, mit unterstützen. Oh, hier wird's gleich boomer. Oh, das ist meiner. Oh, jetzt hab ich ja die Schrift, jetzt muss ich ja in den Hacker. Oh, das ist meiner. Ich komme. Ich komme. Was sollen wir tun, wenn wir die Waffen nicht in Betrieb nehmen können? Dann bleibt uns immer noch die Olympus Mons. Wir können die Werft rammen. Ein Kollisionsmanöver? Eine direkte Kollision sollte die Werft zerstören. Ja. Die Konsole ist kaputt. Wir können sie mal eröffnen. Man! Der Massenraum ist mit fernern! Brücke! Uns bleibt keine Wahl! Kollisionskurs auf Werft setzen! Kapitän, die Olympus wird von den SDF-Truppen zerrissen, bevor wir das Ziel erreichen! Wir brauchen Jackals bei unserer Position! Wir geben Luftunterstützung! Halte die Olympus auf Kurs zur Werft! Volle Kraft voraus! Verstanden? Verstanden, Sir! Zu den Waffen! Sie greifen uns an! Ah, fick dich doch! Das ist echt bockschwer teilweise, aber wie es ausgeht mit der Olympus und die Werft, seht ihr im nächsten Part von Call of Duty Infinite Warfare. Ciao, ciao!